Hallo alle, ich bin von der Schönheit von Augsburg geblieben. Es erinnert mich, dass es viele Stadt in Deutschland gibt, mit einer ähnlichen Historie und ein großartiger Frieden. Und ich bin glücklich, dass Sie heute mit Ihnen sprechen. Ich weiß, dass er sich sehr für den Fugger und die Familie eine ganze Geschichte interessiert. Und er freut sich sehr, hier zu sein. Unfortunately, I've traveled here from the United States to deliver a solemn and serious message. Leider ist er aus den USA hierher gekommen, um eine sehr ernste und auch vielleicht traurige Nachricht zu überbringen. Die Deutschen stehen kurz davor, einen ganz entscheidenden Fehler hinsichtlich der Kraft zu machen. Die Menschen und die Länder in Europa sind nicht hinter dir. Sie folgen dir nicht. Wir sind isoliert in Europa und auf der Welt mit diesem Schritt auf Kernkraft verzichten zu wollen. Wir machen uns auf eine Reise der Energiewende ohne Kohle und Kernkraft. Wir wissen nicht, ob es funktioniert. Und wir sind verdammt alleine, weil uns niemand folgt. Almost every nation in Europe between Germany and Russia is now expanding or building nuclear plants for the first time. Die Mehrheit der europäischen Länder vom Atlantik bis zum Ural bauen die Kernkraft aus. Wir schalten sie ab. Other nations in Europe are looking at getting rid of nuclear, but will have several years to watch your experiment before making final decisions. Auch andere Länder haben Ausstiegsbeschlüsse gefasst. Sie waren aber so zivilisiert, zu sagen, dass sie die Kernkraftwerke, die sie haben, so lange laufen lassen, wie es halt noch geht. Und sie werden uns sehr genau beobachten, wie das bei uns funktioniert oder eben nicht funktioniert mit der Stromversorgung. In California, where I lived for much of the last five years, we are giving ourselves several more years to watch your errors before shutting down our last nuclear plant. Selbst im obergrünen Kalifornien, wo Mark die letzten fünf Jahre gelebt hat, wird gewartet auf das deutsche Experiment, bevor sie ihr großes Diablo Canyon Kraftwerk abschalten mit mehreren Meilern. The numbers that express the size of your mistake are difficult to comprehend, but we must try. Wenn man sich die Zahlenbasis anschaut, kann man den deutschen Atomausstieg nicht wirklich verstehen, aber wahrscheinlich muss man sich damit Mühe geben. You have six remaining reactors. Es sind sechs Reaktoren. Representing eight gigawatts of generating capacity. Enough to make electricity for the household consumption of millions and millions of German people. Es ist genügend Energie für Millionen von Haushalten und immer noch ein großer Teil der deutschen Stromversorgung. We are here today to celebrate Gundremingen nuclear plant where one reactor can displace an amount of energy that would be provided by 18 giant cargo tankers filled with liquefied natural gas. But you are not planning to get your replacement fossil fuels from ships, are you? You're planning to get it in a pipeline from Russia. Naja, aber wenn man ehrlich hinschaut, dann werden wir ja die Kernkraft nicht durch Gaskraft aus Schiffen ersetzen, sondern über Pipelines aus Russland. Russia builds the finest nuclear plants in the world at your borders and within your borders it sells you more fossil fuels. Russland selber baut mit die modernsten Kernkraftwerke mittlerweile weltweit an die Grenze und verkauft uns aber ihr Gas. What does Russia know that you don't? What do Russia's new nuclear customers from Bulgaria, Finland, Hungary, possibly Czechia, from Turkey, from other countries in Europe like Romania getting American nuclear assistance, what do they know that the people of Germany do not? Es ist doch eine Hybris zu glauben, dass wir schlauer sind als die Völker von Finnland, Bulgarien, Türkei, Rumänien, Tschechien, die alle neue Kernkraftwerke bauen und die werden ihre Gründe dafür haben, aber wir ignorieren diese Gründe als Deutsche. Vielleicht wissen diese Länder, dass Kernkraft die einzige lokal verfügbare und immer verfügbare Energiequelle ist, die auch noch CO2-frei und umweltfreundlich ist. Diese Länder, die wissen, dass die deutschen Kernkraftwerke, die wir im Moment abschalten, zu den besten der Welt zählen, messbar. Diese Länder beobachten mit Verwunderung, Häme und auch Spott, dass wir unsere industrielle Basis, nämlich das ist die sichere Energieversorgung, Verwunderung, zerstören, mutwillig zerstören, ohne ausreichenden Ersatz dafür bieten zu können in absehbarer Zeit. I am here in Augsburg on behalf of the outside world to say, you will not be respected for making this mistake, and you will not be given mercy by your rivals, and you will not be given support by your friends to make up for this error. Mark ist heute hier als Vertreter der weltweiten Bewegung, er spricht mit vielen Regierungen weltweit, und seine Botschaft ist, wir werden kein Mitleid bekommen aus dem Ausland, wir werden wahrscheinlich noch nicht mal Hilfe bekommen, und auch keine Gnade industriepolitisch, wenn wir die Industrie an die Wand fahren, dann ist das ganz unser eigener Fehler. Although you have mighty purchasing power and a strong economy, fossil fuel prices are at record highs, as you buy them up to replace your clean energy. Das Ersetzen von Kernkraft heißt für uns, dass wir noch stärker abhängig werden von fossilen Energien, und die Preise für fossile Energieträger sind massiv gestiegen und werden auch hoch bleiben. The European Emissions Trading System is reaching record high prices for CO2 certificates, and the poorer nations of Europe are beginning to grow under the strength. Auch die CO2-Preise, also die Preise für CO2-Emissions-Zertifikate sind auf einem Rekordhoch. Die ärmeren europäischen Länder sind im Moment dabei, zu entdecken, wie schwer es ist, mit solch hohen CO2-Preisen zu leben, und sie stöhnen bisher nur, und wir wissen aber nicht, wie sich das politisch auswirken kann. Intentional consumption of extra fossil fuels to replace nuclear is an attack on the European community. It is an attack on your neighbors. Unser Atomausstieg ist ein Angriff auf auch die Wirtschaft der europäischen Nachbarn, weil wenn wir mehr fossile Energieträger verbrauchen, steigen die CO2-Preise weiter auf ein nicht nachhaltiges Level für die europäische Industrie. If Germany closes its nuclear plants, you will be seen as an irresponsible global partner on the economy and on the climate. Wenn wir den Atomausstieg nicht stoppen, werden wir als Deutsche weltweit angesehen als verantwortungslos gegenüber der Industrie und gegenüber dem Klima. In den USA sind die Leitmedien aufgewacht, auf dieses Thema aufmerksam geworden, und sie schreiben mehr und mehr darüber. Noch haben wir Zeit, den Atomausstieg zu stoppen. It will take courage, more courage than your leaders have currently shown. Vielleicht muss man mehr Mut aufbringen, als unsere politische Führungsschicht bisher bewiesen hat. It will take strength. Es wird Durchsetzungsvermögen kosten. But it is the only positive outcome at this point for Europe. Your friends here and abroad will stand with you as you make the difficult choices to restart your nuclear energy program. Sollten wir uns für eine Laufzeitverlängerung entscheiden, werden unsere europäischen und weltweiten Freunde für uns da sein, mit ihren Technikern, mit ihrem Know-how und wahrscheinlich auch mit ihren Brennstoffen. There is still time to be seen as an ally of the environmental effort in the world, as opposed to an enemy or a warning story. Noch haben wir den Ruf, eine führende Umweltnation zu sein, aber wir müssen aufpassen, dass wir im Wege des Atomausstiegs diesen Anspruch nicht öffentlich aufgeben. For Nuklearia and Mothers for Nuclear Germany and your allies here, I'm honored to be in your presence. Mark fühlt sich sehr geehrt, dass er hier für die Nuklearia und für Mothers for Nuclear sprechen darf und euch uns besuchen darf. You have worked extremely hard to get the recognition you are currently receiving from world newspapers. Das, was wir hier tun mit Nuklearia und Mothers for Nuclear, wird weltweit beobachtet und erntet einen enormen Respekt, dass man ein solch abseitiges Thema trotzdem, weil es richtig ist, mit der notwendigen Energie verfolgt. What you are doing here and with the campaign this summer will be seen as wise and humane. Unser Einsatz wird als weise und human wahrgenommen. The citizens of the world stand with you and we will help you through the remaining months of this year to reverse this mistake. Die Bürger der Welt sind auf unserer Seite und sie werden uns beistehen, in den letzten Monaten zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. In a real sense our work begins now. Die Hauptarbeit beginnt jetzt. See you in Good Remington. Bis später in Good Remington. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.